Die Verdächtigen in der Khashoggi-Affäre haben die Tötung des saudischen Journalisten nach Einschätzung der Behörden in Riyadh vorab geplant. Die türkischen Ermittler hätten entsprechende Informationen übergeben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Königsreichs heute mit. Das hat die staatliche Nachrichtenagentur SAP-SPA berichtet. Oliver Mayer-Rüth ist im türkischen Finanzministerium in Ankara. Herr Rüth, was können Sie uns zu den Hintergründen sagen? Die saudischen Behörden räumen ja jetzt einen Vorsatz in diesem Tötungsfall ein. Ja, richtig. Das kam jetzt natürlich schon überraschend. Das hieß ja die ganze Zeit, es habe einen Faustkampf gegeben im Konsulat, also eine Art Schlägerei. Und die saudische Seite hat es dann immer als eine Art Unfall dargestellt, bei dem Khashoggi umgekommen sein soll. Und jetzt heißt es eben aufgrund der türkischen Ermittlungen, dass es offensichtlich doch vorsätzlich war, dass da saudi-arabische Diplomaten oder eben das sind ja auch Leute aus dem Umfeld des saudischen Kronprinzen vorsätzlich Khashoggi getötet haben. Ich kann mir das nur so erklären. Man hat ja auch jetzt die Meldung bekommen, dass die CIA-Chefin aus Amerika nach Ankara gereist ist und dort offenbar eine Audioaufnahme hören durfte. Der türkische Geheimdienst hat ja die vorgespielt von dieser Tötung des Herrn Khashoggi. Und möglicherweise hat sie da neue Informationen bekommen. Und der Druck auf die saudische Seite wurde da immer größer. Und jetzt versucht man eben durch dieses Zugeständnis, Eingeständnis vielleicht auch irgendwo den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Gibt es denn darauf schon Reaktionen von türkischer Seite? Ja, die gibt es bisher noch nicht. Aber die türkische Seite hat ja seit diesem Mord an Khashoggi immer wieder auch über die regierungsnahen türkischen Medien Informationen an die Öffentlichkeit gespielt. Und hat damit den Druck auf den Kronprinzen Bin Salman ständig erhöht. Und man hört auch aus dem Umfeld des türkischen Staatspräsidenten, dass er eigentlich den saudischen Kronprinzen Bin Salman als Verantwortlichen sieht. Und beziehungsweise auch Teile des Königshauses. Und er hat ihn zwar noch nicht offiziell als Verantwortlichen benannt. Aber ich denke, dass das die Politik dahinter ist, dass man eben den Druck auf ihn erhöht und eben hofft, dass er auch irgendwann zurücktritt. Den König selber, Bin Salmans Vater, den geht ja der türkische Staatspräsident Erdogan bisher nicht an.